Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge düstere Plauschschichten wie fast immer mit dem guten alten Lazy Luke. Schönen guten Tag. Ja moin moin guten Tag in die Runde. Wir sind wieder da wie ihr hört und wie immer möchte ich den Patreons danken für ihre Unterstützung und alle die Lust haben uns ebenfalls auf diese Weise zu unterstützen schaut mal in die Infobox dort findet ihr einen entsprechenden Link und wir werden heute auch noch mehr von einem unserer Patreons hören aber dazu kommen wir dann später. Bevor ich es wie ja leider öfter mal vergesse auch noch hier die kleine Erinnerung wenn ihr selber seltsames erlebt habt in unserem Sinne der dürfte hinlänglich bekannt sein meldet euch bei mir düstere Plauschschichten at gmail.com zum Beispiel wobei zu beachten ist dass das ü ein ue ist in dieser Adresse. Ja wir haben eine etwas besondere Folge denn wir sind diesmal nicht zu 100% Schreibtischtäter wie sonst so oft sondern wir reden über einen kleinen Feldausflug könnte man sagen den ich gemacht habe um als Beobachter an einer spiegelmagischen Sitzung teilzunehmen. Und ich habe bei dieser Reise Audioaufnahmen gemacht um das ganze ein bisschen zu dokumentieren vor allem direkt nach dem Erlebnis als ich wieder im Hotel war meine Eindrücke versucht zusammenzufassen und diese ja dieser Audio Bericht den werden wir hier gleich einfügen und dann im Nachgang darüber sprechen. Hast du noch was hinzuzufügen Luke bevor wir das durchziehen oder wärst du damit erstmal soweit zufrieden? Klingt gut als Einführung ich sage euch mal achtet auf den stimmlichen Unterschied sozusagen vor Besuch beim Spiegelmagier und dann danach also aus dem Hotel da mal bitte darauf achten ob ihr einen stimmlichen Unterschied findet. Wir werden natürlich zu den Hintergründen dann auch gleich im Nachgang noch ein bisschen mehr sagen aber hier kommt jetzt erstmal der kleine Audio Bericht. Ja moin liebe Leute Ich bin gerade an einem Bahnhof Denn ich mache einen kleinen Trip Zu dem ich euch versuche auditiv mitzunehmen Und zwar geht es irgendwo Nach Mitteleuropa Ich besuche jemanden der Darauf bedacht ist anonym zu bleiben Dementsprechend werde ich dazu nicht mehr sagen Wohin ich fahre Aber Zweck des Ganzen ist Dass ich einer Ich sage jetzt mal Einem magischen Ritual Einer Beschwörung beiwohne Ihr wisst ja Ich habe da Schon öfter mal Interesse bekundet an derlei Irgendwie im nicht kommerziellen Setting Es handelt sich hier also um Eine Privatperson Die ich Jetzt auch schon ein bisschen länger kenne In Anführungsstrichen Und ja Diese Person war so nett Mich entsprechend einzuladen Ja also ich weiß keine Gar keine großen Details Über das was ich jetzt gesagt habe Hinausgehend Wie das exakt ablaufen wird Und dergleichen Aber das ist denke ich mal nicht so schlimm Das stört mich jedenfalls nicht weiter Und Mein Plan ist es natürlich Nach der ganzen Geschichte Meine Das Geschehen Das Erlebte Zu reflektieren Beziehungsweise zu dokumentieren Hier in Audioform Und ja Bestenfalls Euch dann auch mitzuteilen Beziehungsweise wenn ihr das hier jetzt hört Dann werdet ihr das Ergebnis Meiner Erlebnisse dort Sicherlich auch hören So sieht es aus Ich hoffe Das ist für euch auch ein bisschen interessant Für mich ist es sehr sehr spannend Eine seltene Gelegenheit Die man nun nicht alle Tage Vor die Füße geschmissen bekommt Und ja Ich Freue mich drauf Entsprechend Melde ich mich Spätestens Wenn Die Sache gelaufen ist Und Ich Was zu meinen Erlebnissen Sagen kann Ja die Person selber Werdet ihr sicherlich nichts zu hören bekommen Vermute ich jetzt mal Kann ich mir nicht vorstellen Dass das gewollt ist Wie gesagt Ist der Wunsch nach Anonymität Sehr stark Aber dann eben mein Bericht Und ja Ich Werde jetzt meine Reise hier fortsetzen Und Melde mich dann später wieder So Leute Ich komme jetzt gerade Von der Ich nenne es mal Magischen Session Bin jetzt im Hotel Und Berichte jetzt natürlich ein bisschen Was los war Also erstmal Also erstmal ist zu sagen Bis 50 Quadratmeter Viel zu Denn ich denke Das Bietet sich eher an Das im Gespräch Mit Lazy Luke Zu Vielleicht noch ein bisschen Zu beleuchten Was es damit so auf sich hat Und Ja Ich saß auf einem Sessel Sozusagen Ungefähr 3 bis 4 Meter Entfernt Und Ich sagte eben Er saß mit dem Rücken zu mir Das stimmt so halb Also Mit dem Rücken Aber leicht angeschrägt Und Links von mir Wiederum so 2 Meter Entfernt Saß einer unserer Patreons Der auch dabei war Der also nochmal Einen etwas anderen Blickwinkel hatte Auf die Gesamtsituation Das elektrische Licht War aus Und Teil Des Ich sag mal Rituals Der Zeremonie Zeremonie ist wahrscheinlich Das bessere Wort Wenn wir Zeremonialmagie sprechen Wurden Kerzen entzündet Also als Beginn Oder als Im Rahmen des Beginns Dieser Zeremonie Und So war es dann Dass Der Raum also Von Kerzenlicht Nur sein Licht bekam Ich glaube es waren 4 oder 6 Kerzen Um die Lichtverhältnisse So ein bisschen Klar zu machen Das war schon Nicht wirklich sehr dunkel Also Trotz der Recht großen Größe Des Raumes Hat das Kerzenlicht Ausgereicht Dass ich Jede Ecke Jede Wand Sozusagen Sehen konnte Leicht beleuchtet Klar Nicht im Sinne von Scheinwerfer an Aber So dass man im Grunde Überall deutlich Hingucken konnte Nach den Eröffnungsmaßnahmen Die da eben In bestimmten Worten Und anzündende Kerzen Bestanden Hat sich der Magier Auf seinen Stuhl Vor den Spiegel Gesetzt Und Hat sich In Trance Versetzt Und in diesen Spiegel eben Geschaut Und Wir saßen Ja Still da Man Hat natürlich versucht Möglichst leise zu sein Ja Was soll ich sagen Gerade am Anfang Hatte es echt Eine krasse Atmosphäre Das will ich jetzt nicht Übertrieben darstellen Also das kann Natürlich auch einfach Daran liegen Dass man Sich drauf Gefreut hat Da Ewig Angereist ist Und Licht wird gelöscht Und so Das hatte also Eine gewisse Dramatik Das Hat sich Gefühlsmäßig Sag ich mal Ausgewirkt Bei mir jedenfalls Und Ich Hatte Mal wieder Ein bisschen Pech Also Was habe ich So wahrgenommen War irgendetwas Seltsames dabei Jein Möchte ich sagen Einerseits Hat es Im Vorfeld Als wir Schon in dem Raum Saßen noch Erleuchtet Und einfach Uns nett Unterhalten haben Und hier nochmal Den Magier Kenne ich schon Ein bisschen länger Ich habe schon Öfter mich Mit ihm Ausgetauscht Telefoniert Und Das ist ein netter Kerl Also Das ist jemand Mit dem man Sich da auch Einfach ganz gut Unterhalten kann Nicht dass jetzt Hier so die Vorstellung Aufkommt Dass das irgendein Böse Guckender Ober Mysteriöser Typ Wäre Der nur im Schatten Sitz oder so Nein Das ist jemand Mit dem ich auch Vorher schon Mich ausgetauscht habe Und so weiter Naja Wir haben uns eben Unterhalten den ganzen Ablauf so ein bisschen Wir haben vorher auch Über andere Sachen gesprochen Wir waren auch Vorher alle drei Zusammen essen Und während dieses Gesprächs Habe ich tatsächlich Für eine Sekunde Ähm Ja so ungefähr Auf Knapp über Kopfhöhe Würde ich sagen Ungefähr Vier Fünf Meter Entfernt Von mir Klein Licht Auf Blitzen sehen Wie gesagt Noch Bei normaler Raumbeleuchtung Ähm Im Grunde Mich Es war ganz kurz Und es hat mich Erinnert an Wie das Wie das aussieht Wenn man Satelliten Beobachtet Dann hat man Ab und zu Immer mal wieder Nicht super häufig Aber ab und zu Eben Das Glück zu sehen Dass die so Wirklich einmal Richtig aufleuchten Weil sie eben Sich so bewegen Dass sie Sonnenlicht Reflektieren In aufsteigendem Maße Sozusagen Und sich daraus Dann wieder raus Rotieren Und ja Wieso Ein Aufblitzen Nur schneller Erschien mir Das Weißes Licht Erster Gedanke War Reflektion In meiner Brille Von irgendwas Man muss dazu sagen Ich saß mit dem Rücken Zu einem Fenster Dahinter war Allerdings Ist ein Hof Sozusagen Gewesen Und ja Um es kurz zu machen Da fielen nicht wirklich Autoscheinwerfer durch Das war so mein Mein erster Gedanke Und ich habe dann auch Darauf geachtet Und es war auch Wirklich Es war ganz punktuell Ein kleines Punktuelles Licht Wenn Autoscheinwerfer In den Raum fallen Ist das ja Normalerweise Eine Lichtfläche Die dann irgendwo Entlang wandert An einer Oberfläche Passt also Diese Autosache Überhaupt nicht Zu dem was ich gesehen habe Aber es war trotzdem Irgendwie mein Erster Impuls Ja Was soll ich sagen Das war so kurz Das Es war einfach So kurz Dass ich nicht mehr Dazu sagen kann Als Wie es für mich Ausgesehen hat Ein kleines Helles Licht Was da irgendwie So Zumindest in meiner Wahrnehmung Im Raum War Nicht an der Wand Sondern im Raum Okay Das war so Das Eine Was so ein bisschen Seltsam war Was ich nicht so Unmittelbar mir Erklären kann Sagen wir mal so Aber was gleichzeitig Auch Durch seine Flüchtigkeit Natürlich Wiederum so war Dass man sich dann Schon ein paar Sekunden Fast später Gefragt hat Hab ich das Wirklich gesehen Aber ja Ich hab's gesehen Und dann ist Während der Eigentlichen Sitzung Hab ich noch Etwas Was sich so Sehr im Ambivalenten Raum Bewegt Wahrgenommen Nämlich Nicht In den Augenwinkeln Aber so Im Rechten Randbereich Meiner Sicht Sagen wir mal so Habe ich über Diesem Spiegel Und über Dem Tisch So etwas Gesehen Wie Als Wie Wie ein 3D Schattenklumpen Das heißt Ich hab's versucht Zu umschreiben Mit als würde Jemand lautlos Eine Dunkelgraue Mülltüte Durch die Luft Ziehen Für wieder Nur eine Sekunde Oder eine Halbe Sekunde Und Also Eine Graue Mülltüte Durch die Luft Ziehen Lautlos Und Man stelle Sich zusätzlich Noch vor Dass die Sehr Sehr Unscharf War Also Wie ein Unscharfer Gräulich Schwarzer Fleck Wie ein Schatten Halt Eben Aber Mit der Seltsamen Besonderheit Dass es Nicht Auf Oberfläche Statt Fand Sondern Da In der Luft Ja Und Auch Hier Wieder So Schnell Gewesen Und So Schemenhaft Dass Ich Jenseits Dieser Grobbeschreibung Nichts Dazu Sagen Kann So Richtig Und So Dass man Natürlich Auch Von Außen Leicht Sagen Kann Naja Das War Irgendwie Eine Optische Täuschung Der Raum War Ja Nur Mit Kerzen Licht Erhellt Und Ja Kann Man Alles Sagen Und Ich Weiß Es Am Ende Nicht Ob Es Durch Diese Allgemeinen Beleuchtungszustände Da Irgendwie Zustande Gekommen Ist Oder Nicht Aber Das Ich Hab Es Auf Jeden Ver Wahrgenommen Mehr Kann Ich Mehr Kann Ich Nicht Sagen Ich Habe Es Wahrgenommen Und Ich Hab Natürlich Darauf Geachtet Ob Ich Es Wieder Wahrnehme Also So Nach Dem Motto Naja Wenn Das Jetzt Wirklich Irgendwie Ein Effekt Ist Von Flackern Der Kerze Dann Sehe Ich Wahrscheinlich Sobald Die Kerze Wieder Flackert Vermutlich Nochmal Ist Mir Ist Nicht Dazugekommen Das War Das Was Ich Wahrgenommen Hab Was Man Noch Dazusagen Kann Hinter Mir Stand Eine Große Alte Pendeluhr Die Hat Im Sekundentakt Geklackt Und Am Anfang Der Sitzung Hatte Ich Kurz Den Eindruck Als Würde Das Klacken Schneller Werden Da Das Ist Jetzt Aber Ein Bereich Wo Ich Wirklich Sage Na Okay Das War Ich Tatsächlich Ein Einbildung Würde Ich Jetzt Sagen Bei Den Anderen Beiden Sachen Sage Ich Es War Keine Einbildung Da Habe Ich Auf Jeden Fall Etwas Wahr Genommen Nur Was Es War Weiß Ich Nicht Jetzt Kommt Der Lustige Und Ärgerliche Teil So Ein Bisschen Ärgerlich In Anführungsstrichen Dadurch Wie Ich Gesessen Hab Scheinbar Hab Ich Etwas Nicht Gesehen Was Die Anderen Beiden Gesehen Haben Also Der Magier Davon Berichtet Hat Aber Auch Unser Patreon Es Gesehen Hat Und Zwar Dass 20 25 Zentimeter Und Ein Weißer Lichtpunkt Da Langgeflogen Ist Sozusagen In dem Moment Habe Ich Nicht Gesehen Weil Das Von Meiner Sicht Achse Her Einfach Nicht Gepasst Hat Weil Ich So Schräg Hinter Dem Besagten Magier Eben Saß Und Auch Mit Absicht Nie Richtig In Seine Richtung Geguckt Hat Denn Da Hätte Ich Dann Zum Teil Oder Ein Teil Der Spiegel Oberfläche Seines Spiegels Eben Gesehen Und Das War Die Einzige In Anführungsstrichen Anweisungen Jenseits Von Ruhe Bewahren Also Still Sein Dass Wir Nicht Direkt In den Spiegel Gucken Deswegen Habe Ich Diese Zone Halt Generell Vermieden Was Meinen Blick Angeht Um Nicht Aus Versehen In Spiegel Zu Gucken Ja Deswegen War Das Leider Was Vielleicht Dann Das Spektakulärste Gewesen Wäre Nicht Teil Meiner Wahrnehmung Aber Wie Gesagt Ich Hab Extra Wir Haben Uns Nachher Noch Unterhalten Auch Wie Man Sich Vorstellen Kann Ich Hab Extra Unseren Patreon Nochmal gefragt Ob Er Das Gesehen Hat Und Er Hat Es Gesehen Und Er Hat Außerdem Witzigerweise An der Gleichen Stelle Wo Ich Diesen Dunklen Schatten Gesehen Hab Hat Er Einen Hellen Bereich Gesehen Also So Wie Er Es Beschrieben Hat Klang Es Für Mich Eigentlich Ziemlich Ziemlich Zu Dem Was Ich Euch Eben Beschrieben Habe Nur Dass Es Nicht Dunkel War Sondern Hell Das Habe Ich Überhaupt Nicht Wahr Genommen Und Außerdem Hat Er Noch Eine Rote Und Eine Grüne Licht Kugel Gesehen Die Ich Ebenfalls Nicht Wahrgenommen Hab Und Die Der Magier Auch Nicht Wahrgenommen Hat Beim Letzten Punkt Muss Ich Kurz Zurück Da Bin Ich Nicht Ganz Sicher Ob Der Magier Gesehen Hat Aber Ich Ich Füge Die Info Ein Ich Werd Es Noch Mal Nachfragen Damit Ich Jetzt Nicht Quatsch Etze Aber Der Patreon Er Hat Sie Gesehen Ja Fazit Wahrnehmung Habe Ich Gehabt Die Sich So Im Uneindeutigen Bereich Abspielen Für Mich Aber Durchaus Interessant Genug Sind Oder Sagen Wir Mal So Seltsam Genug Sind Dass Sie Mein Interesse Nicht Abflachen Lassen Sondern Eher Befeuern Der Patreon Hat Noch Etwas Gesehen Was Ich Nicht Gesehen Habe Fällt Mir Gerade Ein Das Muss Ich Natürlich Auch Noch Eben Erwähnen Und Zwar Sich Bewegende Zeiger An Einer Uhr Die Keinen Betrieb Hatte Wie Sich Dann Horaus Stellte In Richtung Dieser Uhr Habe Ich Auch Aufgeguckt Aber Es War Zu Dunkel Also Ich Muss Ich Dazusagen Ich Trage Brille Sich Bewegen Sehen Können Wenn Die Normale Raum Beleuchtung Angewiesen Wäre Von Meinen Platz Aus Einfach Weil Es Für Meine Augen Zu Schlecht Waren An Der Stelle Aber Will Ich Erwähnt Haben Das Hat Er Noch Gesehen Also Noch Ein Punkt Mehr Auf Der Erlebens Liste Ja Entschuldigung Für Dieses Rumgespringen Ihr Merkt Vielleicht Dass Ich Auch Noch Ein Bisschen In Besonderen Zustand Bin Es Hat Damit Zu Dass Ich Einen Langen Reisetag Hatte Dann Dieses Interessante Erlebnis Und Jetzt Auch Einfach Müde Bin Aber Natürlich Auch Dass Es Was Besonderes War Und Unterm Strich Muss Ich Sagen Ich Bin Sehr Dankbar Für Diese Einladung Und Dass Das Geklappt Hat Dass Ich Herkommen Konnte Ich Hab Wie Gesagt Zwei Durchaus Nicht Ganz Uninteressante Dinge Erlebt Dieses Alte Haus Richtig Richtig Schön Den Magier In Persona Mal Kennenzulernen Jenseits Vom Telefonieren War Auch Richtig Cool Wie Gesagt Echt Netter Kerl Das Gleiche Gilt Für Den Besagten Patron Den Ich Sonst Auch Telefonisch Beziehungsweise Schriftlich Aus dem Discord Kannte Also Es War Echt Ein Schönes Erlebnis So Möchte Ich Sagen Also Hier Falls Du Das Hörst Liebe Einladende Person Echt Nochmal Großen Dank Für Die Einladung War Sehr Cool Ja Und Ich Glaube Damit Mache Ich Den Bericht Jetzt Hier Mal Zu Und Vermutlich Reden Ich Und Lazy Luke Dann Noch Danach Darüber So Jedenfalls Stell Ich Mir Das Vor Wie Auch Immer Leute Erstmal Vielen Dank Für Dann Werde Ich Da Natürlich Noch Eine Aufnahme Machen Oder So Oder Das Dann Erwähnen Wenn Luke Und Ich Das Zusammen Besprechen Auf Jedenfall Wird Es Dann Noch Erwähnt Werden Will Ich Nur Sagen Ja Leute So Bevor Ich Jetzt Komplett Nicht Mehr Gerade Ausreden Kann Wegen Müdigkeit Und Co Sage Ich Natürlich Wie Immer Reingehauen Ja Nun Haben Wir Also Den Bericht Gehört Ihr habt Mitbekommen Den Ersten Teil Habe Ich Auf Der Anreise Aufgenommen Kleine Einleitung Gewissermaßen Und Dann Die Eigentlichen Erlebnis Bericht Wirklich Unmittelbar Nachdem Ich Wieder Im Hotel War Ich War Müde Und Wollte Natürlich Auch So Frisch Wie Möglich Aus Der Erinnerung Berichten Das Hat Dazu Geführt Dass Es Nicht So 100 Prozent Strukturiert Leider War Und Dass Ich Ein Zwei Kleinigkeiten Soll Ich Zu Dem Hintergrund Des Ganzen Erstmal Noch Mehr Sagen Oder Möchtest Du Direkt Fragen An Mich Herantragen Ich Bin Da Für Beides Offen Ich Würde Sagen Zum Hintergrund Wie Die Wie Der Kontakt Entstanden Ist Wobei Das Ja In Dem Gericht Wiegelmagier Schon Ein Bisschen Länger Ich Habe Jetzt Nicht Genau Nachgeguckt Aber Es Müssten Ungefähr Zwei Zweieinhalb Jahre Oder So Sein Ich Habe Schon Öfter Mit Ihm Telefoniert Und Ja Es Ist Also Eine Bekanntheit Da Das Habe Ich In Der Aufnahme Ja Auch Nochmal Versucht Klar Zumachen Dass Das Für Mich Jetzt Kein Mysteriöser Fremder War In Dieser Situation Wir kannten Uns Und Dieser Kontakt Ist Zustande Gekommen Weil Er Sich Bei Mir Gemeldet Hat Als Ich Mal Ich Glaube Es War Nach einer Folge Merkwürge Historische Nachrichten Wo Ich Irgendwas Angesprochen Hatte Was Interessiert Und Wir Hatten Dann Mail Kontakt Und Ich Habe Festgestellt Dass Oder Er Hat Von Sich Erzählt Dass Er Mit Verschiedenen Historischen Texten Auch Arbeit Also Sagen Wir Jetzt Mal Vereinfacht Zauberbüchern Und Ich Konnte Mich Dann Auch Darüber Vergewissern Dass Das Wirklich So Ist Und Dass Er Mit Echten Texten Umgeht Ich Kenn Mich Ja So Ein Klein Bisschen Will Es Wirklich Nicht Übertreiben Ist Jetzt Keine Tief Stapel Leid Künstliche Ich Ken Mich Mit Entsprechenden Texten Aus Der Neuzeit Vor Allem Aus Aber Nicht Massiv Aber Ausreichend Ist Also Sich Da Wirklich Ernsthaft Mit Beschäftigt Ja Und Da Sind Dann Also Jetzt Schon Ein Zwei Gemeinsame Interessen Sage Ich Mal Auf dem Tisch Überhaupt So Das Seltsame Magie Geschichte Der Umgang Mit Diesen Alten Texten Und Darüber Hat Sich Dann Einfach Diese Bekanntschaft Entwickelt Und Ich Fand Natürlich Interessant Was Er Mir Dann Irgendwann Später Auch Von Seinen Spiegel Magischen Unternehmungen Da Berichtet Hat Vielleicht Eins Vorweg Das Sind Keinerlei Sinistren Dinge Falls Das Jetzt Jemand Vermutet Oder So Also Da Wird Nicht Versucht Irgendwelchen Leuten Zu Schaden Oder Sowas Und Er Hat Mir Dann Auch Ein Buch Zu diesem Thema Empfohlen Was Ich gelesen Hab Das Praxis Bezogen War Sagen Wir Mal So Ich Such Den Titel Gerne Raus Und Schreibe Bin In Die Videobeschreibung Ja Ich Hab Da So Hab Ich Also Davon Erfahren Ich Hab Da Noch Drei Kleine Anschluss Fragen Einmal Oder Hinweise Das Fand Ich Auch Ganz Gut Dieses Zitat Nicht Kommerziell Setting Also Die Ist Ja Ganz Wichtig Das Es Allein Schon Da Dann Eben Einfall Tore Gibt Von Skeptikern Die Sagen Okay Da Wird Dann Sich Ein Zubrot Mit Inwieweit Du Das Preis Geben Kannst Oder Da Eine Einordnung Geben Kannst Hat Er Denn Irgendwie Beruflich Oder Vom Hintergrund Sonst Da Etwas Was Total Diametral Dagegen Steht Oder Ist Das Ein Bisschen Ähnlich Dass Er Vielleicht Auch Ein Geschichtswissenschaftlichen Hintergrund Hat Weil Das Klang Jetzt So Als Wenn Ihr Auf Einer Wellenlänge Seid Weil Du Ja gesagt Hast So Der Bereich Neuzeit Dann Oder Ich sag mal So Er hat Keinen Formal Akademischen Hintergrund Und Hat Auch Keine Tätigkeit In Diese Richtung Hat Sich Aber Eben Durch Beschäftigung In diesem Bereich Dem Genannten Bereich Ja Selber Autodidaktisch Wissen Verschafft Aber Ansonsten Ich weiß Nicht Ob man Den Hund Der Podcast Hund Ist Wieder Da Der Regt Sich Gerade Über Zu Dicht Am Grundstück Vorbeilaufende Leute Auf Zurecht Aber Er hat Ein Ich sag jetzt Einfach mal Ganz Normalen Beruf Also Da Ist Diese Überschneidung Dann Nicht Vorhanden Und Das Mit Dem Nicht Kommerziellen Aspekt Ist Vielleicht Auch Noch Mal Ein Guter Hinweis Hab Ich Tatsächlich Jetzt Gerade Vergessen Dass Man Das Vielleicht Auch Mal Erwähnen Könnte Es Ist Jetzt Nicht So Dass Ich Davon Ausgehe Dass Alle Leute Die Irgendwie Vielleicht Ähnliches Oder Seancen Oder Was Auch Immer Kommerziell Machen Automatisch Irgendwelche Scharlatane Und Betrüger Sind Vielleicht Sind Sie Ich Weiß Es Nicht Will Es Auch Nicht Unterstellen Der Punkt Ist Einfach Nur Wenn Es Ein Nicht Kommerzielles Setting Ist Dann Gibt Mir Das Ein Etwas Größeres Stück Sicherheit Die Wahrscheinlichkeit Dass Ich In Anführungsstrichen Verarscht Werte Sinkt Eben Ein Bisschen Ja Absolut So War Das Auch Gemeint Dass Es Nicht Im Umkehrschluss Dann Widerum Bedeutet Dass Das Gleich Scharlatanerie Ist Aber Ja Dann Hat Man Diesen Punkt Dann Braucht Man Sich Irgendwie Wahrscheinlich Damit Nicht Im Hinterkopf Auch Irgendwie Mit Beschäftigen So Stelle Ich Mir Sitz Also Hat Er Sich Dann Sozusagen Zusätzlich Zu Der Einstimmung Auch Irgendwie Äußerlich Hat Er Sich Dann Weiß Ich Nicht Wie War Sein Aufzug Um Es Mal So Einfach Direkt Also Vielleicht Schließe Ich Da An Den Ablauf Des Ganzen Einfach Kurz Anzureißen Weil Das Berührt Diese Frage Und Auch Die Vorgestellte Würde Ich Sagen Also Zunächst Mal Ich Hab In Audio Aufzeichnung Schon Erwähnt Wir Das Liegt Daran Dass Der Patreon Und Er Sich Kennen Die Habe Ich Irgendwann Mal Miteinander Bekannt Gemacht Und Wir Sind Dann Zunächst Mal Zu Nicht Bitte Mysteriöser Vorstellen Als Es War Wir Haben Uns Einfach Gut Unterhalten Gut Gegessen Und Ja Sind Dann Zu Dem Erwähnten Sehr Schönen Sehr Alten Haus Aus Dem 16. Jahrhundert Wo Er Lebt Und Also Der Spiegelmagier Und Haben Uns Dann Die Räumlichkeiten Angeguckt Und Auch Die Räumlichkeiten Wo Dann Konkret Dieses Experiment Stattfinden Sollte Und Im Grunde Um Dann Die Frage Mit Der Atmosphäre Zu Beantworten War Das Dann Ein Recht Klarer Cut Also Vielleicht Am Ehesten Durch Das Licht Auslöschen Symbolisiert Wir Saßen Dann Eben Wie Beschrieben So Ein Bisschen Abseits Und Er Saß Dort An Seinem Spiegel An Einem Tisch Und Hat Vorher Ja Einen Gewissen Zeremoniellen Aufbau Sag Ich Mal Kerzen Symbole Solche Dinge Dort Arrangiert Hat Dann Ja Mit Seinem Programm Möchte Ich Mal Sagen Begonnen Also Ab Licht Löschen War Für Mich Auf Jeden Fall Klar Dass Schnute Halten Angesagt Ist Und Die Idee Ist Ja Dass Man Über So Ein Magischen Spiegel Der Auf Eine Besondere Art Und Weise Präpariert Ist Der Kein Normales Tageslicht Zusehen Bekommt Sondern Wenn Er Nicht Benutzt Wird Immer Abgedeckt Ist Mit Dickem Samt Sozusagen Die Idee Ist Dass Der Anwender Dieses Spiegels Sich In Besonderen Bewusstseins Zustand Versetzt Und Die Spiegelnde Oberfläche Des Spiegels Also Gewissermaßen Zum Portal In Andere Welten Wie Auch Immer Man Sie Sich Vorstellen Möchte Oder Nennen Möchte Fungiert Das Ist Ja Auch Im Grunde Das Gleiche Was Wir So Klischee Mäßig Vielleicht Von Hexen Aus dem Fernsehen Kennen Die Spiegelschau Gemacht Auch Das Ist Im Grunde Spiegelschau Ja Und Und Dieser Atmosphären Wechsel Den Nachdem Du Fragt Ist Der Kam Dann Wirklich Mit Dem Löschen Des Lichts Mit Dem Einkehren Der Ruhe Und Mit dem Starten Dieser Zeremoniellen Handlung Die Er Dann Gemacht Hat Die Das Eigentliche Experiment Gewissermaßen Einrahmen Also Es Werden Schutzmaßnahmen Getroffen Bestimmte Formeln Gesprochen Und Ja Das Ist So Zeremonial Magie Sozusagen Soweit Ich Es Verstehe Okay Ja Man Hat Auf jeden Fall Rausgehört Auch Wenn Es Nur Ein Satz War Dass Dir Das Gebäude Das Haus Und Vielleicht Auch Die Einrichtung Da Gefallen Hat Aber Das Trägt Ja Vielleicht Dann Nur Auch Positiv Dazu Bei Dass Wenn Das Auch Wieder Frühe Neuzeit Der Zeitraum Grob Wenn Das Gebäude Da Sozusagen Daran Erinnert Und Was Ich Also Das Hat Die Atmosphäre Natürlich Würde Ich Sagen Unterstützt Also Na gut Ich Habe Es Nicht Ausprobiert Aber Ich Würde Jetzt Mal Denken Hätte Man Exakt Den Gleichen Ablauf Im Plattenbau In Unbeheizten Garage Unter Halogen Lampen Gemacht Na gut Lampen Waren Nicht An Das Hätte Sicherlich Eine Andere Atmosphäre Ergeben Dieses Alte Haus Das Das War Schon Einfach Schön Jetzt Auch Sphäre Ja Und Das Um Das Aufzulösen Was Ich Vorhin Gesagt Hatte Vor Abspielen Des Berichts Hatte Den Eindruck Da Hast Du Ja Schon Vorweg Gegriffen Dass Die Müdigkeit Damit Reingespielt Aber Ich Hätte Sonst Auch Als Entspannung Interpretiert Dass Du Davor Warst Ja Schon Sehr Selbst Thematisiert Schon Angespannt Aufgeregt Auch Positiv Aufgeregt Und Dann Warst Danach Sehr Wirkte Die Stimme Schon Gleich Weil Da War So Ein Cut Drinnen Sehr gelassen Und Sehr Entspannt Das War Jetzt Ja Wirklich Nach unseren Vielen Ankündigungen Dann Auch Mal Ein Field Trip Wir Haben Ja Mehr Field Trips Angekündigt Als Umgesetzt Vor Ja Ja Ich Da Nicht Dabei Also Falls Ich Was Angekündigt Haben Sollte Habe Ich Noch Nicht Eingelöst Also Man Muss Dazusagen Es Gab In Zwischenzeit Noch Ein Field Trip Wie Du Sagt Der Wo Sich Dann Leider Nachher Das Audiomaterial Als Unverwertbar Herausgestellt Hat Also Es Wir Sind Nicht So Untätig Wie Es Von Außen Scheint Aber Ja Ist Jetzt Natürlich Tatsächlich Was Besonderes Man Kommt Da Nicht Ständig Zu Das Kostet Ja Zeit Planung Organisation Geld Dieses Gereise Also Ja Ich Freue Mich Auch Dass Wir Dass Das Geklappt Hat Und Man Hier Mal Ein Bisschen Aus Der Aus Der Erfahrung Tatsächlich Mal Plaudern Kann Ich Wollte Noch Eine Sache Kurz Erwähnen Damit Ich Es Nicht Vergesse Dieser Tag Und Auch Der Zeitpunkt Die Uhrzeit Dies Experiments War Nicht Zufällig Sondern Die Hat Er Bestimmt Auf Astrologischer Basis Ich Ken Mich Damit Nicht Gut Aus Will Deswegen Auch Nicht So viel Mehr Dazu Sagen Nur Es War Durchdacht Nicht Nur Nicht Nur Der Ablauf Des Experiments Selbst Sondern Auch Dessen Platzierung In der Zeit Sagen Wir mal So Okay Und Ansonsten Gab es Aber Keine Instruktionen Vorweg Für Euch Wie Ihr Euch Zu Verhalten Hab Oder Was Bis Auf Das Was Vielleicht Beim Essen Ausgetauscht Wurde Dass Man Sich Dann Eben Konzentriert Und In Eine Ruhige Stimmung Versetzt Also Im Grunde Beliefen Sich Diese Instruktionen Auf Zwei Dinge Nämlich Still Zu Sein Klappe Zu Halten Diese Instruktion Hätte es Nicht Gebraucht Das Ergibt Sich Irgendwie Mit Normalem Menschenverstand Schon Aber Das Zweite War Dass Wir Gebeten Wurden Nicht In den Spiegel Zu Gucken Und Das Hat Auch Dazu Geführt Wie Ich Im Bericht Schon Gesagt Hab Dass Ich Bestimmt Teil Des Raumes Halt Mit Meinen Blicken Etwas Gemieden Habe Ich Muss Sagen Ich Hab Trotzdem Ein Zweimal Da Bei Eim Schweif Blick Sozusagen Reingeguckt Irgendwie Weil Es Nicht Vermeiden Ließ Aber Ich Habe Darauf Geachtet Nicht Wirklich Reizugucken Oder Dauerhaft Reizugucken Okay Und Diese Erschöpfung Die du Ansprichst Oder Müdigkeit In der Stimme Das Hatte Mehrere Gründe Also Ich Hab Es Erwähnt Reisetag Ist Was Spätabend Dann Irgendwann Also Diese Ganz normalen Gründe Und Dann War Es Aber Auf jeden Fall Auch So Aufpassen Das Heißt Ich War Dann Auch Wirklich Die Komplette Zeit So Gut Ich Es Vermag Jedenfalls Mehr Oder Weniger Hoch Konzentriert Und Habe Meine Umgebung Beobachtet Ich War Beobachter Im Wörtlichen Sinne Ich Habe Nicht Inhaltlich Sozusagen Hier Teil Genommen Sondern Ich Wollte Augen Und Ohren Sein Gewissermaßen Ja Ja Dann Ist Das Streng Dann Auch An Gut Aber Dann Das Kann Man Auch Noch Ein Bisschen Bisschen Stärker Heraus Arbeiten Wie Der Genaue Versuchs Aufbau War Weil Wenn Ich Jetzt Höre Spiegel Magie Und Ich Denke Viele Zuhörende Würden Auch Sagen Okay Warum Darf Eigentlich Nicht Direkt In Den Spiegel Gucken Du Seite Konntest Weniger Aber Also Der Winkel War Etwas Schärfer Noch Als 45 Grad Aber Ja Ich Hab Gewissermaßen Seinen Hinterkopf Und Dann Ein paar Grad Nach links Gesehen Weil Er Rechts Von Mir Saß Okay Und Du Saß Selbst Auf einem Bequemen Sessel Mehr Oder Wen Ich Saß Auf einem Bequemen Sessel Und Und Er Hatte Schon Würde Ich Sagen Eine Ganz Gute Übersicht Über Den Raum Und Das War Jetzt Ein Runder Oder Tisch Der Raum Der Tisch War Rund Genau Er Saß Am Tisch Der Tisch War Rund Direkt Vor Ihm Auf dem Tisch Der Spiegel Ich Würde Sagen Ungefähr 70 Zentimeter Hoher Spiegel Kerzen Ich Weiß Leider Nicht Mehr Die Genaue Kerzen Zahl Es Standen Einige Auf dem Tisch Und Einige Auf dem Boden Und Das Kerzenlicht Das hatte Ich Erwähnt Aber Ich Betone Es Nochmal Damit Man Es Nicht Falsch Vorstellt Es War Jetzt Nicht So Dass Nur Um Diesen Tisch Ein kleiner Licht Schein War Und Dahinter Begann Die Dunkelheit Ich Konnte In Jede Ecke Des Raumes Gucken Das Licht Hat Ausgereicht Dass Ich Nicht Super Hell Und Waren Die Ein Geometrisches Muster Ergeben Die Kerzen Waren Die Wahllos Einfach Um Das Möglichst Auszuleuchten Ne Die Waren Soweit Ich Es Meine Erkannt Zu Haben Nach Himmels Richtung Ausgerichtet Und Haben Gewissermaßen Einen Kreis Oder Abgesteckten Bereich Dann Sozusagen Gebildet Und Der Kollege Der Patreon Der Mit War Der saß Dann Rechts Von Dir Also Hinter dem Der Saß Links Von Mir Also Bei dem Kommt Der 45 Grad Winkel Vielleicht eher Ist von Mir Ich Würde Sagen Ungefähr Drei Meter Entfernt Gut Dann Habe Ich Das Ein Bisschen Deutlich Vor Augen Ich Würde Sagen Ich Müsste Eigentlich Die Person Mit Dem Von meinem Blickpunkt Aus Mit Dem Besten Gesamtraum Übersicht gewesen Sein Weil Ich Habe Beide Anderen gesehen Jedenfalls Wenn Ich Dass Er Teile Der Sicht Dann Für Mich Verdeckt Hat Weniger Gesehen Hab Als Der Patreon Okay Ja Und Bevor wir Zu den Öffnungsmaßnahmen Kommen Die Du Da Auch Kurz Angesprochen Hast Dann Noch Eine Nachfrage Zum Spiegel Selbst Hast Du Durftest Du Den Untersuchen Sozusagen Angucken Da Gibt es Ja Welche Die Konkav Konvex Und Mit Verschiedenen Krümmungen Und So Das Waren Ganz Handelsüblicher Spiegel Ja Also Das Ich Weiß Nicht Ob Ich Gedurft Hätte Ihn Unter Die Lupe Zunehmen Ich Hab Nicht Drang Gedacht Nachzufragen Also Ich Hab Diesen Spiegel Dann Tatsächlich Nur Aus Einiger Entfernung eben Gesehen Der War Soweit Ich Mich Erinnere Rechteckig Und Flach Also Insofern Normal In Anführungsstrichen Handelsüblich Ich glaube Er hatte Einen Etwas Aufwendigeren Rahmen Aber Ehrlich Gesagt Kann Ich Mich Da Nicht Mehr En Detail Erinnern Und Ja Für Mich War Irgendwie Dieser Spiegel Ist Ja Dann In dem Moment Nicht Einfach Nur Gegenstand Wie Ich Hab Schon Erwähnt Er Wird Besonders Behandelt Er Wird Gar Nicht Unaufwendig Erst Mal In Anführungsstrichen Hergestellt Also Jetzt Natürlich Nicht Physisch Hat Er Nicht Selber Diesen Spiegel Gebaut Aber Dann Eben Ja Ich Sag Mal Magische Handlungen Vollzogen Die Zum Teil Nicht So Unaufwendig Sind Um Diesem Spiegel Dann Eben In Ein Magischen Spiegel Zu Verwandeln Sage Jetzt Mal Leidenhaft Und Wahrscheinlich Habe Ich Deswegen Gar Nicht Dran Gedacht Ich Hatte Ja Auch Dieses Buch Was Er Empfohlen Hatte Gelesen Wusste Also Keine Anderen Sollen In Diesen Spiegel Reingucken Ich Bin Mir Gerade Nicht Mehr Sicher So Halb In meinem Kopf Schwebt Sogar Noch Dass Keine Anderen Den Bestenfalls Anfassen Sollen Also Der War Deswegen Für Mich Irgendwie Ganz Selbstverständlich Off The Record Oder Wie Man Sagt Also Aber Weiß Nicht Vielleicht Hätte Er Er Erlaubt Den Genau Unter Die Lupe Zunehmen Das Kann Ich Jetzt Spekulieren Okay Und Dann Gab Es Öffnungsmaßnahmen Und Da Ist Natürlich Für Dich Wahrscheinlich Auch Der Trance Modus Dann Auch Interessant Gewesen Wie Er Sich In Trance Versetzt Hat Oder Das Ablief Ja Also Ich Konnte Jetzt Keine Spezifische Technik Ausmachen Die Von Außen Erkennbar Gewesen Wäre Aber Normalerweise Ist Das Denk Ich Schon Richtung Dieses Zustands Man Muss sich Vorstellen Der Mensch Das Das Ist Eine Regelmäßige Praxis Für Den Der Macht Das Dann Nicht Zum Mal Wahrscheinlich Auch Nicht Zum Hundertsten Mal Sondern Der Macht Das Sehr Oft Und Sehr Regelmäßig Und Das Kenne Ich Von Mir Selber So Ein Bisschen Was Meditations Praxis Angeht Da Bilde Ich Mir Auch Ein Wenn Ich Die Körperliche Haltung Allein Schon Annehme Die Ich Immer Dafür Annehme Dass Das Schon Durchschlägt Dann Auf Den Bewusstseins Zustand Weil Das Gesamtsystem Weiß Was Jetzt Kommt Und Ich Schätze Mal So Ähnlich Wird Es Da Auch Sein Also Er Hat Jetzt Nicht Irgendwie Getrommelt Oder Gesungen Oder Der Gleichen Was Ich Jetzt Von Außen Hätte Ausmachen Können Noch Um Eine Trance Beizuführen Er Hat Sich Vor Diesen Spiegel Gesetzt Und Gesammelt Ich Konnte Auch Nicht Sehen Wann Er Die Augen Offen Hat Oder Wann Er Sie Zu Hat Oder So Ich Glaube Er Hatte Sie Größtenteils Offen Vermute Ich Jetzt Einfach Mal Aber Mehr Kann Ich Dazu Nicht Sagen Gut Aber Die Atmosphäre War Dann sozusagen Hergestellt Und Hattest Du Jetzt Hier Im Bericht Auch Krass Beschrieben Weil Ja Ich Würde Sagen Intensiv Es Hatte Eine Gewisse Intensität Aber Wie Schon Erwähnt Das Will Ich Jetzt Nicht Mysteriöser Klingen Lassen Als Es Sein Muss Das Das Kommt Natürlich Auch Einfach Wenn Du Den ganzen Tag Auf So Ein Etwas Hin Lebst In Anführungsstrichen Und Da Ist Dann Natürlich Eine Erwartungshaltung Eine Gewisse Innere Spannung Was Passiert Jetzt Passiert Überhaupt Was Das Ja Das Ich sag mal So Die ersten Zehn Minuten War es Für mich Wirklich Eine Sehr Intensive Und Immer Dichter Werdende Atmosphäre Gefühlt Also Da Hab Ich Echt Die ersten Zehn Minuten Habe Ich Mit Jeder Sekunde Damit gerechnet Dass Gleich Irgendwas Super Spektakuläres Passiert Also So Dick War Da Für Mich Die Atmosphäre Und Das Flachte Dann Irgendwann Ab Nachdem Man Merkte Okay Die Dann Dann Löste Sich Die Innere Anspannung Für mich So Ein Bisschen Oder Senkte Sich Löste Sich Die ganze Zeit Nicht Auf Aber Senkte Sich Wieder Ein Bisschen Vielleicht Sollte Man An Der Stelle Auch Mal Sagen Bis Zu Dem Moment Wo Ich Da Ankam Und Wir Uns Dann Unterhalten Haben Irgendwann Darüber Hatte Ich Keinerlei Ahnung Wer Oder Was Da Kontakt Werden Soll Und Die Entität Die Da Kontakt Werden Soll Wie Er Uns Da Mit Geteilt Hat Ist Eben Der Berühmte Pater Pio Ein Italienischer Heiliger 2002 Heilig Gesprochen Mit Dem Er Auch In der Vergangenheit Schon Experimentiert Hat Oder Kontakt Hat In Anführungsstrichen Seiner Einschätzung Nach Und Was Auch Noch Ganz Interessant Ist Er Hat Von Anfang An Gesagt Ja Das Ist Derjenige Den Ich Jetzt Versuchen Werde Zu Kontakt Aber Man Kann Sich Eigentlich Nie Sicher Sein Ob Das Gegenüber Auf Das Man Dann Trifft Vermeintlich Auch Wenn Es Sagt Es Pater Pio Muss Das Nicht Der Fall Sein Also Er Hat Einen Gewissen Verdacht Dass Es Nicht Wirklich Um Sozusagen Den Geist Von Pater Pio Oder sowas Handelt Sondern Womöglich Um Irgendeine Wesenheit Pater Pio Hat Auch Nichts Mit Mir Zu Tun Oder So Ich Hab Da Keinerlei Innere Verbindung Oder Irgendwie Darauf Eingewirkt Dass Er Pater Pio Kontaktieren Soll Überhaupt Nicht Ich Hatte Keinerlei Erwartungshaltung Ich War Ja Eigentlich Sogar Ein Bisschen Überrascht Sozusagen Dass Es Pater Pio Werden Soll Das Wollte Ich Erwähnt Pater Pio Ist Ja Einer Der Beliebtesten Heiligen Soweit Ich Das Überblicke In Italien Zumindest Auch Eine Nicht Ganz Unumstrittene Figur Aber Ich Würde Sagen Um Den Geht Es Jetzt Nicht Primär Da Kann Man Vielleicht Irgendwann Noch Mal Eine eigene Sendung Zu Machen Ja Wo Man Dann Das Alles Anschaut Das Positive Das Angeblich Wunderhafte Das Eventuell Negative Gut Jetzt Kommen wir Oder kommst du In den bericht Auch dann Schon zu den Ja Optischen Zu den Wahrnehmungen Ja Und das Im nachgang Dann auch noch Stellvertretend Was der Patreon Wahrgenommen Hat Du hast Also was Aufblitzen Sehen Ja Und es Du hast es Hier beschrieben Sozusagen als Wirklich nur Ganz Punktuell Und dann Das fand ich auch Interessant Mit dem Vergleich Den Um was Ja Aus dem Mehr oder weniger Aus dem Alltag zu nehmen Was man Sehen kann Wenn man In den Sternenhimmel Schaut Oder eben Am Tag In den Himmel Blickt Nämlich Satelliten Die Eine Reflexion Zeigen Wenn die Sich In Sonnenlicht Drehen Oder Raus Drehen Also So Wie Ein Punktuelles Aufblitzen Ja Nur Sehr Viel Schneller Das Von der Geschwindigkeit Her Ist das Überhaupt Nicht Mit Satelliten Aufblitzt Aber Rein vom Ansonsten vom Optischen Eindruck Her Und Ich muss Sagen Dieses Diese Erscheinung Dort Sie war Irgendwie Einerseits Ganz ganz Deutlich Also ich Hab Aber Andererseits Dadurch Dass sie so Kurz war Bringt sie Sich selber Auch Irgendwie Dann Wieder So An Den Rand Dass Man Sich Fragt Ob Man Das Wirklich Gesehen Hat Es Ist Wirklich Vielleicht Merkt Es fällt mir Ein bisschen Schwer Das Zu Beschreiben Weil Es Echt Sehr Eigentümlich Ist Normalerweise Ja Diese Kombination Von Eigentlich War es Eine Deutliche Wahrnehmung Mit Irgendwie bin ich Dann doch Verunsichert Ob Und Was Ich Da Wahrgenommen Hab Das Kenne Ich So Eher Selten Muss Ich Sagen Das War Schon Obwohl Es Sehr Unspektakulär War Wie Gesagt Das War Der Bruchteil Einer Sekunde Von mir Aus Eine Halbe Sekunde Die Anderen Beinen Haben Es Auch Nicht Gesehen Das Lag Außerhalb ihrer Blickrichtung Ja Aber Es 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 Schon Es war Schon Irgendwie Seltsam Also Wie gesagt Der erste Gedanke Mit Autolicht Passt Eigentlich So Überhaupt Nicht Auf Das Gesehene Der Kam Mir Halt Weil Ich Da Mit Rücken Zu einem Fenster Saß Wo Allerdings Dann auch noch Ein Hof Kam Erst Also Ich Weiß Nicht Mit dem Mit dem Autolicht Das Das Passt So wenig Zum Zum Gesehenen Dass Ich Das Irgendwie Verwerfen Würde Aber Das Heißt Natürlich Nicht Dass Es Nicht Irgendein Anderer Natürlicher Ganz Normaler Vorgang Womöglich Gewesen Ist Der Da Zufällig Dieses Licht Hat Für Mich Erscheinen Lassen Also Wüsste Jetzt Nicht Was Aber Ich Will Sicher Gehen Hier Nicht So Zu Tun Als Ich 100 Prozent Überzeugt Dass Das Jetzt Irgend Etwas Seltsames War Ich Deswegen Es Hat Auch Für Mich Keine Bedeutung Also Es Kam Es Kam Nicht Mit Besonderen Gefühl Oder So Es War Auch Nicht In Dieser Eben Beschrieben Angespannten Atmosphäre Es War Feuer Im Vorgespräch Im Unmittelbaren Vorfeld Ja Tut mir Leid Also Merk Das Ist Ja Ein Punkt Den Man Eben Nur Gut In Eigenerfahrung Sozusagen Das Erstmal Das Wahrnehmen Und Das So Sprechen Dann Dementsprechend Ja So Ein Bisschen Ja Nicht Nicht Die Volle Erfahrung Wieder Geben Kann Das Ist Ja Klar Aber Du Hast Ja Gesagt Es Gibt Auch Werden Wir Schon Mal Rein So Eine Art Anleitungs Buch Dafür Wie Man Sich Selbst Den Aufbau Sozusagen Nachstellen Kann Weil Jetzt In Dem Nach dem Essen Es War Dunkel Draußen Komplette Dunkelheit Und Abgedunkelt Darüber hinaus Noch Oder Also Der raum Hatte Hatte Gardinen In dem Abschnitt Des raumes Wo der Tisch Stand Waren Sie Eventuell Zugezogen Ganz Da bin Ich Mir Gerade Nicht 100 Prozent Sicher Die Gardinen Die In meinem Rücken Waren Waren Auf Jeden Fall Nicht Ganz Zugezogen Und Du Deuten Also Du hast gesagt Einbildung War es Auf jeden Fall Nicht Es War Eine Wahrnehmung Ja Da bin Ich Mir Tatsächlich Bei Diesem Licht Punkt Ziemlich Sicher Dass Ich Da Wirklich Irgendetwas Wahrgenommen Hab Was Nicht Nur In meinem Kopf War Weil Es Dafür Dann Doch Deutlich Genug War Aber Dadurch Dass Es So Kurz War Weiß Ich Nicht Was Es War Von der Wahrnehmung Ausgehend Wenn Man Aufbauen Wenn Es Jetzt Mal War Oder Ob Es Eine Optische Täuschung Oder Eine Spiegelung Ist Aber Ja Was Mich Eben An Der Spiegelung So Irritiert Hat Das Erschienen Zumindest Einfach Mitten In der Luft Zu Sein Jetzt Nicht Auf Der Wand Oder So Was Die Dahinter Ja Durchaus Da Gewesen Wäre Und Was Ich Auch Mal Falls Es Nicht Klar Ist Betonen Möchte Das War Noch Zu Zustand Als Das Elektrische Licht Angeschaltet War Es War Noch Nicht Dunkel Und Dementsprechend War Dieses Licht Auch Selber Gar Nicht Mal So Dunkel Weil Es Das War Wirklich So Als Würde Jemand So Eine LED Taschenlampe Und Dir Direkt Einmal In Die Augen Blitzen Es Hat Von 5 6 Metern Entfernung Also Es Hat Mich Jetzt Deutliche Helligkeit Halt Einfach Da Für Eine Sekunde Und Das Bei einem Beleuchteten Raum Nicht Nicht Nur Im Sinne Von Das Erscheint Hell Weil Der Raum Sonst Dunkel War Ja So So Würde Ich Sagen Hast Du In dem Moment Anmerken Lassen Oder Habt Ja Wenn Ihr Konstant Auch Ruhig Wart Das Nehme Ich Jetzt Mal An Das Nicht Immer Direkt Ausgetauscht Da Kommen Jetzt Ja Noch Die Beispiele Vom Patreon Was Er Gesehen Hat Da Hat Man Sich Jetzt Nicht Direkt So Ich Stell Mir So Albern Vor Den Den Finger Zu Zeigen Oder Irgendwie Das Sichtbar Zu Jetzt Habe Ich Hier Gerade Was Gesehen Das Ist Natürlich Nicht Super Nee Also Dieses Licht War Noch Im Vor Gespräch Also Da Wäre Es Jetzt Absolut Möglich Gewesen Ohne Irgendwas Zu Stören Dass Ich Das Sofort Sage Ich Habe Es Gesehen Noch Kurz Abgewartet Und Dann Aber Tatsächlich Oh Ja Oh Da Müsste Ich Jetzt Tatsächlich Noch Mal Nachfragen Also Entweder Habe Ich Ich glaube Ich Habe Es Noch Direkt Dann Angemerkt Dass Ich Das Gerade Gesehen Habe Bin Ich Mir Zu 90 sicher Könnte Auch sein Dass Ich Das Ganz Am Ende Abends Im Nachgespräch Gemacht Habe Aber Ich Bin mir Zu 90 sicher Dass Ich Das Sofort Angemerkt Habe Und Die Sachen Die Dann Waren Während Das Tatsächlich Experiment Lief Da Habe Ich Natürlich Die Hat Man Sich Versucht Zu Merken Ja Auch Versucht Dann Weiter zu Beobachten Um Eventuell Ja Da Noch Mehr Drüber Zu Erfahren Oder Ideen Zu Entwickeln Woher Das Rühren Könnte Jetzt Speziell Mit diesem Schatten Block Sag Ich Mal Und Da Ist Man Natürlich Still Gewesen Also Da Habe Ich Auch Nicht Den Patreon Darauf Hingewiesen Was Gesehen Zu Haben Es War Ja wirklich Komplette Stille Also Wenn Ich Jetzt Mein Arm Bewegt Hätte Um Auf Irgendwas Zu Zeigen Auch Das Hätte Der Magier Wahrscheinlich Gehört Und Weil Ich Nicht Stören Wollte Hat Man Sich Dann Einfach So Wenig Wie Möglich Bewegt Ja Die Zweite Sache Hast Du Jetzt Schon Kurz Erwähnt Die Du Dann Auch Im Bericht Schilderst Auch Ein Schönes Zitat Hier Der 3D Schatten Klumpen Beziehungsweise In Weiterer Ausführung Schemenhaft Und Ähnelte Sozusagen Einer Grau Gefärbten Wie auch Immer Mülltüte Hast Sie Welche Das Habe Ich Jetzt Verstanden War Vielleicht Der Vergleich Gar Nicht So Gut Den Habe Ich Gewählt Weil Ich Sagen Würde Nehmen Wir mal An Das Wäre Jetzt Tatsächlich Objekt gewesen Was Da An diesem Punkt Im Raum Statt Gefunden Hat Dann Hätte Das Ungefähr Die Größe Würde Ich Sagen Von 25 Oder 30 Liter Mülltüte gehabt Wenn Man Sie Also Von ihrer Fläche Und Da Das Ganze Eben Auch So Ja Es war Nicht Rund Es war Eben Ein Klein Bisschen Länger Als Ein Klein Bisschen Breiter Als Hoch Als Würde Also Jemand Eine Rechteckige Mülltüte Auf Die Seite Legen Und Da In Die Luft Durch Die Luft Ziehen Es Hat Aber Nicht Gespiegelt Oder Geglänzt Oder So Was Also Dahingehen War Dieser Tüten Vergleich Dann Vielleicht Wie Eine Gräulich Schwarze Wolke Und Eben Irgendwie Unscharf Also Es tut mir Leid Dass ich Das Nicht Besser Erklären Kann Das Sah Nicht Aus Wie Ein Wie Ein Fester Gegenstand Das Sah Durch Seine Unschärfe Und Schattenhaftigkeit Und Schemenhaftigkeit Mehr Aus Wie Geformt Vielleicht Wie Geformter Rauch Oder So Aber Ja Also Ruß Rußwolke Oder Ja Auch Nicht Wirklich Aber Zumindest Macht das Deutlich Es war Wirkte Nicht Als Sei Das Was Massives Es Hätte Ich Direkt Davor Gestanden Im Moment Der Wahrnehmung Und Hätte Blitz Schnell So Schnell Hätte Ich Nie Seien Können Aber Nehmen Gehen Wir Davon Mal Aus Hätte Ich Nicht Erwartet Dort Etwas Zu Fühlen Also Es Wirkte Nicht Massiv Und Dann Kommen Jetzt Noch Die Beiden Sachen Die Du Nicht Vermutlich Das Waren Einmal Die Kerzen Flammen Die In die Höhe Abgesetzt Haben Und Oder Verlängert Haben Auf Bis zu 25 30 Zentimeter Und Dann Da auch Noch Ein Lichtpunkt Gebildet Haben Und Dann Gab Noch Eine Sache Vom Patreon Anders Gefärbt Rot Grün Genau Und Grün Muss Ich Korrigieren Das War Blau Also Der Patreon Hat Drei Licht Kleine Licht Kugeln Gesehen Im Verlauf Des Abends Eine Weiße Im Zusammenhang Mit Dieser Kerzen Flammen Aufzüngelung Die Ich Nicht Gesehen Hab Und Nicht Hätte Sehen Können Einfach Tatsächlich Winkel Bedingt Und Dann Eben Noch Eine Rote Und Blaue Ich Habe Leider Das Mit Grün Hat Ich Mir Falsch Gemerkt Ich Glaube Die Rote Und Die Blaue Wenn Ich Richtig Erinnere Wie Er Gesagt Hat Wo Er Gesehen Hat Hätte Ich Theoretisch Auch Sehen Können Habe Ich Aber Nicht Und Ich Weiß Nicht Woran Das Dann Gelegen Hat Da Wäre Die Einfachste Erklärung Dass Ich Gerade Nicht In Diese Richtung Geguckt Habe Also Es War Schon Nicht So Dass Ich Mit Fest Stehen Im Kopf Ununterbrochen Die Gesamte Szenerie Sehen Konnte Sondern Ich Hab Auch Das Bleibt Wahrscheinlich Bei Anderthalb Stunden Da Hier Also Ich Habe Einfach Versucht So viel Wie Möglich Meine Umgebung Zu Scannen Was Dann Eben Ja Meine Aufmerksamkeit Konnte Nicht Überall Gleichzeitig Sein Und Dementsprechend Könnte Ich Es Auf Dieser Ebene Auch Einfach Verpasst Haben Und Dann Seine Wahrnehmung Von einem Uhren Schalter Der sich Bewegt hat Was Im Wenn Ich Es richtig Verstanden habe In Moment gar nicht Komisch vorkam Weil Er Nicht Wusste Dass Die Uhr Still Steht Habe Ich Nicht Gesehen Obwohl Ich Genau Auf Diese Uhr Auch Zeitweise Guckt Hab Aber Das ist Auch Muss Nichts Mysteriöses Sein Wir Haben Es Danach Ausprobiert Als Das Licht Wieder An War Das War Bei Mir Einfach Sicht Bedingt Also Für Mich War Es Zu Dunkel Die Uhr Zu weit Weg In der Dunkelheit Als Dass Ich Die Kleinen Zeiger Überhaupt Hätte Sehen Können Ob Sie sich Nun Bewegen Oder Nicht Und Der Patron War Ein Bisschen Dichter Dran An dieser Uhr Aber Vermutlich Einfach Hat er Deutlich Bessere Augen Stimmt Das Kam Auch Noch Dazu Dass Du Als Brillenträger Da Mit einem Nicht Brillenträger Zusammens Saß Der Patron ist Auch Brillenträger Aber Ich Vermute Mal Der Hat Eine Etwas Besser Angepasste Brille Auf Seine Sicht gehabt Meine Brille Die Ist Übrigens In der Zwischenzeit Erneuert Denn Auf dem Rückweg Von Diesem Besuch Ist Kaputt Gegangen Oh Das Ein Zeichen Und Deswegen Weiß Ich Jetzt Aber Auch Dass Meine Sicht Jetzt Durch Diese Nicht Mehr Ganz Aktuelle Brille Auch Nicht Super Eingeschränkt Gewesen Ich hatte Die Möglichkeit Da Direkten Vergleich Zwischen alten und Mich Besser Sehen Aber Es Jetzt Bitte Nicht So Vorstellen Als Seid Ich Vorher Mit der Brille Mega blind Gewesen So Was Auch Nicht Ja Und Dann Kam Die Verabschiedung Abrupt Oder Hat Man Das Noch Irgendwie Wie Es Ein Öffnungsritual Gibt Es Auch Ein Abschlussritual Genau Also Das Gab Es Seitens Des Magiers Und Damit Hatten Wir Natürlich Wieder Nicht Zu Tun außer Dass Wir Beobachtet Haben Aber Dann Haben Wir Uns Zudritt Natürlich Auch Danach Noch Über Die ganze Sache Unterhalten Und Alles Ein Bisschen Ausgetauscht Ja Und Dann Dann Bin Ich Ins Hotel Getapert Und Habe Eben Gehörte Aufnahme Dann Gleich Gemacht Macht Er Das Derjenige Der Durchführt Häufiger Mit Anderen Personen Oder In Regel Eher Alleine Oder Wie Ist Da So Der Also Das Macht Er Normalerweise Alleine Für Sich Ich Kann Jetzt Nicht Die Hand Dafür Ins Vorher Legen Dass Er Noch Nie Das Mit einer Anderen Person Irgendwie Gemacht Hat Aber Ich Glaube Soweit Ich Es Verstanden Hab Macht Er Das Eigentlich Tatsächlich Nicht Also Mindestens Dass Zwei Leute Dabei Waren War Ein Novum Und Ich Glaube Sogar Dass Überhaupt Jemand Physisch Dabei War War Glaube Ich Auch Ein Novo Ja Und In der Auswertung Wie Hat Er Das Selbst Wahrgenommen Jetzt Im Vergleich Ist Da Dann Sozusagen Wenn Das Jetzt So Runter Bricht Auf Auf Die Ereignisse Auf Die Erlebnisse Was Da Sozusagen Passiert Ist Ob Das Spektakulärer War Oder Ne Also Das War Leider Seiner Aussage Nach Jetzt Sehr Unspektakulär Er Hat Diese Diesen Pater Pio Oder Eventuell Pater Pio Ausgewählt Weil Er Mit Dem Zum Teil Recht Deutliche Effekte In der Vergangenheit Hatte Also Sehr Lautes Knallen Im Raum Und Solche Dinge Und Das Hielt Er Dann Eben Für Vielversprechend Um Wenn Dann Wir Schon Mal Dabe Sind Uns Auch Möglichst Viel Zu Bieten In Anführungsstrichen Also Er War Selber Meim Eindruck Nach Von Der Sitzung So Ein Klein bisschen Enttäuscht Vielleicht Und Ja Hat Da Glaube Ich Mehr Erwartet Wäre Jetzt Vielleicht Falsch Weil Er Hat Auch Gesagt Man Kann Erwartung Haltung Ist Immer Ein Bisschen Schwierig Weil Dafür Es Nicht Verlässlich Genug Aber Er Hatte Doch Aufgrund Der Vergangenen Erfahrung Eben Die Hoffnung Dass Eine Recht Hohe Wahrscheinlichkeit Besteht Dass Wir Irgendetwas Gut Wahrnehmbares Definitiv Anormales Dann Auch Mitbekommen Ja Das Ist So Dass Wie Er Das Wahrgenommen Hat Und Hier Jetzt Ist Leider An Dem Abend Für ihn Nicht So Richtig Die Verbindung Mit Dieser Wesenheit Irgendwie Zustande gekommen Und Hast Jetzt Die Motivation Bekommen Das Auch Nochmal In Eigen Regie Durchzuführen Oder Also Alleine In dem Fall Die Frage Muss Ich Etwas Seltsam Beantworten Also Einerseits Ist Ja Denk ich Allen Klar Ich Hab Eine Gewisse Motivation Solche Dinge Wenn Sie Denn Da Sind Mal Mit Zuerleben Also Auf der Ebene Wäre Die Antwort Mal Ja Sonst Hätte Ich Mir Natürlich Auch Nicht die Mühe gemacht Da hinzufahren Und mich drauf gefreut Und so weiter Und so fort Andererseits bin ich Ja Aber auch So ein bisschen Kleiner Schisser Ne Und Auch Schon Auf Vorsicht Bedacht Und Ich Glaube Ja Ich Glaube Man Sollte Diese Dinge Wirklich Nicht Unterschätzen Und Tatsächlich Hab Ich Nachdem Ich Vorhin Erwähnt Hab Dass Ich Das Buch Mal Posten Möchte Auch Kurz Überlegt Ob Das Jetzt Eigentlich So Eine Gute Idee War Das So Unbedingt In Die Breite Öffentlichkeit Zu Tragen Weil Ja Ich Denke So Ein bisschen Vorsicht Ist Das Schon Angebracht Und Das möchte Ich Auch Kurz Erklären Gar Nicht Mal Unbedingt Weil Ich Jetzt Felsenfest Davon Überzeugt Bin Dass Da Dann Der Potenzielle Kontakt Mit Dämonen Und Sonst Was Womöglich Aus Versehen Zustande Kommen Könnte Kann Ich Nicht Zu Sagen Kann Kann Ich Nicht Ausschließen Vielleicht Ist Das So Weiß Ich Nicht Aber Ich Glaube Es Ist Mindestens So Sobald Mensch An So Eine Sache Herangeht Für Den Diese Möglichkeit Im Kopf Existiert Als Möglichkeit Ist Da Zumachen Und Ja Davor Sehe Ich Mich Selber Erstens Auch Nicht Gefeit Weil Ich Ja Schon Wahrnehme Dass Bei Mir Die Möglichkeit Dass All Diese Dinge Womöglich Seien Können Die Die Möglichkeit Kontempliere Ich Ja Die Existiert Also In Bewusstsein Und Eine Gewisse Angst Davor Dass Sowas Dann Im Also Wenn Man Sich Mit Sowas Befasst Sollte Das Doch Mit Großer Vorsicht Geschehen Unabhängig Eben Davon Ob Man Jetzt Ans Paranormal In Anführungsstrichen Glaubt Oder Eben Nicht Und Deswegen Bin Ich Mir Jetzt Auch Rückblick So Ein Bisschen Unsicher Ob Es Wirklich So Eine Gute Idee Ist Dass Ja Ich Will Niemand Dazu Animieren Das Nachzumachen Einfach Nur Aus Vorsichtig Vielleicht Werden Auch Den Weg An Die Informationen Finden Kann Man Nicht Verhindern Und Will Man Ja Jeder soll Ja Auch Frei Sein Aber Muss Ich Forcieren Da Da Schwanke Ich Jetzt Noch Also Nehm Es Bitte Nicht Übel Leute Wenn Der Titel Dieses Buch Vielleicht In der Videobeschreibung Doch Nicht Auftauchen Sollte Da Muss Ich Noch Mal Kurz In mich Gehen Und Vielleicht Ist es Dann Eher So Zu Hand Haben Dass Leute Die Wirklich Der Meinung Sind Dass Das Für sie Eine Gute Idee Ist Und Sie Das Unbedingt Wollen Und Sie Das Interessiert Sich Bei mir Melden Und Ich Dann Den Buchtitel Gebe Dann Hat Man Zumindest Nochmal So Eine kleine Vorsichtsschwelle Eingezogen Ich will Es Auch Nicht Über Dramatisieren Aber Die Patreons Haben Schon Da Hast Du Oder Haben Die Ich Glaube Nicht Hat Mich Nicht Alle Okay Ansonsten Ja Klar Man Appellierte Auch An Die Eigenverantwortung Generell Ob Wie weit Man Sich Jetzt Nicht Nur Bei Diesem Beispiel Da Hinein Begeben Möchte Ja Und Übrigens Vielleicht Weil Ich glaube Das Wäre Der Person Wichtig Unser Besagter Spiegel Magier Der Ist Logischerweise 100% Von Der Realität All Dieser Dinge Überzeugt Weil Das In Seiner Lebens Realität Und Wahrnehmung Einfach So Ist Und Er Das So Erlebt Hat Und Ich Glaube Der Würde Sehr Wohl Sehr Stark Davor Warnen Sich Da Unbedacht Hinein Zustürzen Vielleicht Sollte Ich Das Hier An Der Stelle Auch Mal Deutlich Machen Ich Bin Derjenige Der Davor Warnt Ohne Von Dem Ist Ein Gewisses Potenzial Für Risiko Er Würde Glaube Ich Sicherlich Tendenziell Er Davon Abraten Er Betont Auch Dass Dinge Die Man Sich Ziele Die Man Vielleicht Mit Magischer Hilfe Erreicht Immer Auch Ihren Preis Haben Und Man Bereit sein Muss Diesen Preis Zu Bezahlen Und Das Sei Absolut Nicht Auf Die Leichte Schulter Zu Nehmen So Also Hier Die Warnung Aus Seiner Warte Seid Vorsichtig So Oder So Man Kann Sich Der Thematik Ja Auch Erstmal Aus Anderen Richtungen Nähern Ich Hab Das Diesmal Bei Dieser Folge Habe Ich Mich Ja Hauptsächlich Auch Dann Nur Auf Deinen Erlebnisbericht Gestürzt Und Hab Versucht Hier Und Da Erstmal Das Klingt Jetzt Auch Wieder Ein Witzig Aber Erstmal Gibt Es Ja Die Die Schul Schiene In dem Fall War Das Bei Mir Traumatische Erinnerung An Optik In der Physik Siebte Achte Neunte Klasse Was Ungefähr So Der Zeitraum Erinnerung Hervorgerufen Weil Das War Für Mich Immer So Ein Gruseliges Thema Im Sinne Von Notentechnisch Gruseliges Thema Und Das Ist Für Mich Auch Echt Also Wir Hatten Ja Öfter Mal Dann Themen Wo Man Versucht Hat Okay Das Naturwissenschaftlich Nochmal Zu Durchdenken Hier Habe Ich Dann Auch Wieder Die Historische Ebene Das Fand Ich Ganz Interessant Dass Man Das Ist Natürlich Auch Ein Mythos Klar Um Den Spiegel An Sich Schon Seit Mindestens Seit Der Antike Altertum Gibt Und Man Findet Das Ja Auch In Zahlreichen Ja Volkstümlichen Geschichten Sozusagen Und Märchen Und Allmöglichen Wieder Also Das Ist Glaube Ich Dann Auch Schon Allen Bekannt Dass Da So Ein Gewisser Mythos Den Spiegel An Sich Um Haucht Ganz Speziell Zur Spiegelmagie Habe Ich Nicht So Viel Gefunden Es Lief Immer In Richtung Spiegel Weissagung Hinaus Oder Halt Ganz Klassisch Die Phänomene Und Dann Eben Wieder Pure Physik Wie Funktioniert Das Eigentlich Wie Wird Das In der Optik Dargestellt In dem Bereich Der Optik Der Physik Dass Man Sagt Zum Beispiel Spiegel Paradoxon Da Video Oder Mindestens Eine Skizze Zu Anschauen Warum Man Denn Denkt Dass Links Und Rechts Vertauscht Werden Reflektiert Werden Obwohl Es In Wahrheit So Ein Umstülpen Ist Also Das Gehirn Interpretiert Das Ja Dann Einfach So Wie Wir Das Wahrnehmen Hier Rechte Hand Ich Hebe Entgegengesetzt Die Rechte Hand Weil Es Das Umstülpen Da Wurde Das Beispiel Eines Handschuh Genommen Das Geben Bleibt Das Von Innen Nach Außen Umgestülpten Phänomen Aber Das Könnte Unser Gehirn Gar Nicht Darstellen Also Selbst Wenn In diesem Bereich Bleibt Ist Das Schon So Ein Kleiner Mindfuck Find Ich Sich Da Einfach Mit Den Aus Der Ebene Damit Zu Gespielt Meine Ich Und Wie Dann Überhaupt Heute Bis Hin Zum Industriell Gefertigten Spiegel Wie Das Überhaupt Gemacht Wird Und Dann Gäbe Es Ja Eben Noch Die Dritte Ebene Wo Du Jetzt Eben Vor Gewarnt Hast Oder Zumindest Gesagt Hast Dass Man Sich Da Nicht Wenn Man Dann Sich Da Rein Steigert In Anführungsstrichen Dass Man Dann Zumindest Das Aus einer Stabilen Position herausmachen Sollte Mit Eigenverantwortung Aber Das Nur So Nebenbei Dass Ich Das Würde Ich Sozusagen Als Salomonisches Urteil Mitgeben Die Alle Die Sagen Da Habe Ich Jetzt Auch Zu Großen Respekt Vor Das Andere Ist Schon Verrückt Genug Finde Ich Sowohl Die Position Innerhalb Der Geschichte Als Auch Wie Optik Funktioniert Mit Wellenlängen Und So Wer Der Nüchterne Naturwissenschaftler Ist Der Kann Sich Da Auch Schon Hinein Stürzen Das Thema Ja Also Ich Schätze Mal Oder Hast Das Gefühl Dass Du Im Alltag Immer Genau Weißt Wie Könntest Du Einen Spiegel Selbst Herstellen Mit Beschichtung Und Wie Würdest Das Machen Nein Könnte Ich Natürlich Nicht Habe Ich Also Das Finde Ich Auch Mal Alltags Gegenstände Die Einfach Trotzdem Wenn Wir Auf einer Einsamen Insel Stranden Und Haben Wir Schon Öfter Festgestellt Ist Der Historiker Überhaupt Wird Er Als Erster Getötet Ist Der Nur Als Chronist Sinnvoll Irgendwie Nutzt Der Historiker Muss Hoffen Dass Keiner Ein Handy Mit Chat GPT AI Oder Wie Das Ding Heißt Dabei Hat Der Dann Das Schreiben Übernehmen Kann Aber Ansonsten In Neun Von Zehn Szenarien Werde Ich Wahrscheinlich Als Erstes Geopfert Ja Also Da Merke Ich Dann Immer wieder Dass Ich Dann Wenn Ich Jetzt Diese Beiden Ebenen Vorgestellt Dass Dass Weil Die Naturwissenschaftliche Vorbildung Nicht Perfekt Erhalten Ist Ja Was Vielleicht Noch Interessant Wäre Ist Dass Der Magier Darauf Hingewiesen Hat Dass Auch Im Nachgang Zu So Einem Experiment Manchmal Noch Seltsame Effekte Auftreten Können Es Sich Also Eventuell Lohnen Könnte Ein Bisschen Darauf Zu Achten Das Natürlich Immer So Ein Zweischneidiges Schwert Man Wenn Man Anfängt Auf Was Zu Achten Kann Es Auch Tatsächlich Mal Sein Dass Einem Dann Normale Dinge Irgendwie Seltsamer Erscheinen Als Sie Einfach Sind Nur Weil Man Darauf Achtet Aber So Ein Bisschen Darauf Achten Kann Man Natürlich Trotzdem Und Ja Ich Hab Zu Vielleicht Gestern Von dem Patreon Erfahren Dass Bei Ihm Tatsächlich Sie Noch Zwei Kleinigkeiten An Der Seltsamen Front Abgespielt Haben Und Zwar Einerseits Das Im Keller Ich glaube Im Keller Also Da lag Wohl Einfach Plötzlich Von Einem Tag Auf Den Anderen Eine Kartoffel Die Keiner Dahingelegt Haben Will Und Die Auch Keine Spuren Von Tier Fraß Oder So Hatte Und Gleichzeitig Das Verschwinden Einer Speziellen Taschenlampe Die Er Immer An Einem Konkreten Ort Der Für Diese Taschenlampe Bestimmtes Aufbewahrt Hat Also Das Verschwinden Von Gegenständen Da Fällt mir Noch Was Ein Was Ich Gar Nicht Erwähnt Hatte Ich Hab Ich Hab Eine Kette Die Ich Gerne Auf Reisen So 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 Ein Bisschen Talisman Mäßig Und Die Hatte Zwei Anhänger Immer Nicht Immer Die Hatte Erst Einen Dann Habe Ich Irgendwann Mal Zweiten Dazugeholt Und Am Tag Der Reise Nahm Ich Diese Kette Zu Mir Stellte Fest Dass Der Zweite Anhänger Talisman Sozusagen Einfach Da Nicht Mehr Dran War Und Ich Ich Auch Hier Nirgendwo Habe Finden Können Ja Will Ich Jetzt Nicht Über Interpretieren Aber Irgendwie So ein Bisschen Seltsam Ist Schon Weil Ich Habe Keine Ahnung Wo Das Ding Ist Habe Es Auch Seitdem Ist Es Nicht Wieder Aufgetaucht Erwähne Ich Jetzt Nur Ich Hätte Es Wahrscheinlich Gar Nicht Erwähnt Wenn Jetzt Nicht Die Ich Einfach Nicht Bemerkt Dass Das Ding Abgefallen Ist Man Weiß Es Natürlich Nicht Was Man Natürlich Im Nachgang Nochmal Fragen Könnte Dem Spiegel Magier Wenn Man Also Man Muss Das Ja Nicht So Vorwurfsvoll Formulieren Im Sinne Von Darf Ich Hätte Den Spiegel Nicht Mal Untersuchen Können Ich Also Von Wegen Gleich Mitschwingend Du Willst Hier Irgendwie Was Charlatanerie Mäßiges Ja Das Macht Ja Auch In dem Setting Sinn Also Das Ist Schwachsinn Man Könnte Man Könnte Nachfragen Einfach Was Für Was Für Spiegel Das Genau Ist Beziehungsweise Warum Er Sich Für Den Entschieden Hat Oder Ob Er Ja Weiß Ich Nicht Noch Auf Irgendwelche Speziellen Sachen Achtet In Der Recherche Habe Ich Auch Gefunden Auch Wieder Sehr Nüchtern Hier Die Einfach Zur Produktion Und Zur Unterscheidung Von Verschiedenen Spiegeln Dass Es Ja Spezielle Optische Spiegel Noch Gibt Oberflächenspiegel Das Heißt Die Gerade Für Solche Ja Für Einen Bestimmten Versuchs Aufbau In dem Sinne Alles Was Du Ja Dann Als Wissenschaftler Da Würdest Jetzt Nicht In Standard Planen Haushalts Spiegel Nutzen Sondern Du Direkt Bei Kontakt Also Du Muss Dir Vorstellen Jetzt Hast Du Einen Kleinen Gegenstand Nehmen Mal Eine Ganz Kleine Schraube Und Die Liegt Auf diesem Spiegel Auf Die Würde Dann Direkt Falls Ihr Und Falls Du Ein Optischer Spiegel Also Eine Andere Art Aufbau Und Solche Sachen Können Ja Noch Für Diese Ja Für Unterscheidung Was Habe Ich Jetzt Wahr Genommen Und Was Könnte Eine Spiegelung Eine Licht Spiegelung Sein Noch Eine Rolle Spielen Damit Entmystifiziert Man Das Natürlich Ein Bisschen Aber Würde Ich Sagen Ohne Jetzt Vorwurfsvoll Oder Ohne Was Zu Unterstellen Ja Was Denkst Du Dazu Ich Vermute Mal Dass Das Keine Rolle Gespielt Hat Solche Überlegungen Bei Der Ausfall Wenn Man Bedenkt Dass Diese Art Der Magie Auch Wie Gesagt Zum Beispiel Mit Obsidian Und Allen Oberflächen Die Spiegeln gemacht Wird Hätte Ich Jetzt Nicht Den Eindruck Dass So Was Irgendeine Rolle Spielt Aber Ist Jetzt Nur Meine Vermutung Auf Habe Ich Habe Ich Natürlich Nicht Nach Gefracht War Mir Jetzt Gar Nicht Bewusst Oder Mir Ist Überhaupt Nicht Bewusst Welche Unterschiede Es Da Noch Detail Gibt Was Jetzt Spiegel Sind Und Zum Abschluss Noch Eine Frage Zum Versuchsaufbau Beziehungsweise Ich Dachte Es Gäbe Die Variante Dass Man Sich Mit Spiegeln Umgibt Also Nehmen Mal An Man Setzt Sich Hin Und Hat Links Und Rechts Und Vorne Spiegel Gibt Es Diesen Versuchsaufbau Nicht Auch Oder Ist Das Wieder Eine andere Geschichte Die Ich Jetzt Verwechsle Dass Man Dann Also So Eine Art Auch In der Trance Ich Ich Kenne Jetzt Im Grunde Warum Man Sich Jetzt Mit Spiegeln Umgibt Will Ich Nicht Ausschließen Dass Es Das Gibt Kenne Ich Außer Man Ist Sehr Eitel Habe Ich Jetzt Nicht Von Gehört Bisschen Vergleichbar Mit Dem Was Abgelaufen Es Ist Vielleicht Ja Das Psychomanteum Über Das Wir Schon Mal Gesprochen Haben Ja Genau Okay Aber Soweit Ich Weiß Beim Psychomanteum Geht Es Hat Man Glaub ich Keine Spiegel Hinter Sich Ja Also Tut Mir Leid Da Mit Der Frage Erwischst Mich Ohne Vorüberlegung Kann Nur Sagen Ist Mir Jetzt nicht Bekannt Mag Es Geben Weiß Ich Ja Ich Überlege Gerade Ein bisschen Ob es Noch Irgendetwas Gibt Was Mir Noch Besonders Wichtig Zu Sagen Wäre Vielleicht Dass Ich Ein bisschen Mir Selber Auf Die Schultern Klopfen Möchte Weil Ich Von meinem Selbsteindruck Her Schon Hinbekommen Hab Da Eine Sehr Gute Balance Zu Finden Für Mich Jetzt Persönlich Zwischen Irgendwie Mitmachen Sich Darauf Einlassen So Jetzt Innerlich Ich Hab Ja Nichts Aber Sich Innerlich Darauf Einlassen Aber Gleichzeitig Eigentlich Nur Beobachtet Zu Sein Und Auch Kritisch Zu Bleiben Keine Ahnung Ob Das Jetzt Nur So Ein Innengefühl Meinerseits Ist Ob Sich Das In meinem Bericht Widerspiegelt Für Die Zuhörenden Keine Ahnung Aber Das War Für Mich So Ein Bisschen Im Vorfeld Überlegung Weil Einerseits Könnte Man Sich 100 Prozent So Darauf Einlassen Und Alles Kritisch Beobachtende Fahren Lassen Vielleicht Hätte Man Dann Bessere Ergebnisse War Eine Vorüberlegung Andererseits Kann Man Natürlich Auch Sich Dahins Setzen Mit Dem Mit Mit Der Einstellung So Ich Finde Jetzt Hier Den Betrug In Anführungsstrichen Das Spielte In unserem Setting Keine Rolle Wie gesagt Das War Nicht Kommerziell Der Hat Nichts Davon Mir Da Ein Vor Zumachen Das War Eine Rolle Aber Prinzipiell Ist Das Ja Trotzdem Eine Haltung Die Man Hätte Einnehmen Können Und Ich Hatte Mir Im Vorfeld Überlegt Naja Ich Glaube Ich Muss Einfach Versuchen Mittel Ding Zu Finden Damit Ich Mit Diesem Mit Dieser Aktion Irgendwie Einigermaßen Das Erreichen Kann Was Ich Erreichen Möchte Und Mir War Nicht Im Ein Vernünftiger Beobachter Und Dann Vor allem Berichter Bin Aber Mich Schon Auch Trotzdem Darauf Einlassen Können Und Ja Ich Hoffe Dass Mir Das Dann Vielleicht In Zukunft Falls Ich Weitere Ähnliche Gelegenheiten Oder Was So Immer Auftun Sollten Dass Ich Das Dann Vielleicht So Als Linie Beibehalten Kann Jedenfalls Fühle Ich Mich Damit Relativ Wohl Ja Den Auf Dieser Metaebene Professionelleres Annehmen Solcher Ausflüge Da Das ist mir Schon Aufgefallen Dass Du Da Dir Immer Gedanken Machst Oder Merkt Dass Du Versuchst Das Genau Ausbalanciert Kritisch Zu beleuchten Ich Hätte Zum Schluss Noch Eine Frage An Dich Das War Übrigens Heute Auch Mal Sehr Interessant So Im Zustand Des Zu Interviewenden Zu Sein Und Nicht Im Zustand Des Fragenden Aber Eine Frage Hätte Ich Noch Wie Wär Es Dir Gegangen Also Hättest Du Das Hättest Du So Ein Angebot Angenommen Und Wenn Ja Warum Und Wenn Nein Würde Mich Auch Interessieren Warum Also Ich Nicht 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 Flüchtig So Dann Würde Ich Mich Da Wohler Fühlen Als Grundvoraussetzung Ansonsten Ist Da Auf Jeden Fall Die Neugierde Vorhanden Ja Das Musste Halt Sich Aus In dem Fall Aus Balancieren Dass Es Mich Dass Ich Mich Unwohl Dabei Fühle Also Wenn Es Nur Was Ist Was Ich Ja Was Ich Dann Mache Und Dann Habe Ich Danach Irgendwie Also Ich Habe Ich Kein Gutes Gefühl Dann Und Das Kann Ich Schon Ein Bisschen Antizipieren Dann Würde Ich Das Nicht Machen Aber Die Ja Ich Würde Ja Genau Und Je Nachdem Wie Sie Das Abspielt Würde Ich Versuchen Auch Zu Trauen Gewisse Kritische Fragen Zu Stellen Die Aber Die Aber Noch Auf So Höflichen Niveau Sind Und Nicht So Als Würde Man Jetzt Irgendwie Auf Teufel Komm Raus Dann Nur Zu Versuchen Zu Entlarven Oder So Darum Geht Es Mir Dann Ja Auch Nicht Aber Dass Man Irgendwie Für Sich Am Ende Nicht Zu Weit Zu Zu Lange Darüber Rätseln Müsste Sondern Dass Man So Gewisse Sachen Für Sich Abgehakt Hat Und Den Rest Der Dann Unerklärt Bleibt Dann Einfach Den Muss So Mit Den Leben Ja Das Ist Ja Schon Öfter Vorgekommen Bei unseren Folgen Dass Wir Ja Weiß Ich Nicht Eigentlich Versuchen Wir Immer So Gewisse Stellschrauben Durchzugehen Wo Könnte Es Erklärungen Geben Aber Wenn Das Abschließend Beurteilt Werden Könnte Dann Denke Ich Mir Bei All Diesen Themen Dann Wäre Es Schon Der Fall Deswegen Sie Bleiben Ja Eben In diesem Am Ende Dann In Zwischen Zustand Und Das Ist Hier Glaube Ich Auch Der Fall Das Ist Nicht Ganz Abschließend Klären Kannst In Die Ein Oder Andere Richtung Und Das Muss Man Aushalten Kann Können Zumindest Komischerweise Also Irgendwie Hab Ich Mit Dem Was Jetzt Dabei Vorausgekommen Ist In Dieser Frage Gar Nicht So Richtig Gerechnet Obwohl Das Auch Gar Nicht Mal So Fern Liegt Eigentlich Aber Ich Hab Tatsächlich Ehr Damit gerechnet Dass Entweder Was Eindeutig Anomales Passiert Was Mich Ohne Zweifel Zurück Lässt Oder Dass Einfach Gar Nichts Passiert Und Was Ich Bekommen Hab Ist Dass Ich Weder Das Eine Noch Das Andere Sagen Kann Das Ist Die Welt So Reingedrückt Es Ist So Ein Bisschen So Als Gäbe Ist So Zagen Da Diese Andere Welt Die Mir Nochmal Mit Gewalt Zeigen Wollte Du Wirst Uns Nicht Fest Nageln Aber Wir Gehen Auch Nicht Weg Aber Das Zieht Sich Ja Auch Wie Ein Roter Faden Durch Die Blaue Schicht Oder Was Vielleicht Ist Es So Keine Ahnung Aber Da Hab Ich Auf Der Überraschung Trifft Ich Aber Dann Wenn Ich Darüber Nachdenke Es Eigentlich Nicht So Überraschend Sein Sollte Oder Nicht Hätte So Überraschend Sein So Hattest Du Vorher Überhaupt Also Bevor Du Überhaupt Das Beispiel Jetzt Diese Person Kennengelernt Hast Oder Dich Mit Auf Das Thema Spiegel Magie Das Erste Mal Gestoßen Bist Eine Meinung Zum Thema Spiegel Also Ist Das Für Aber Glauben Beispielsweise Zum Spiegel Also In Geschichten Hab Ich Ja Vorhin Angedeutet Wir Hatten Auch Das Thema Vampire Bei DP Schon Die Ohne Spiegel Bild Man Hat Ja Weiß Ich Nicht Da Zerstört Man Den Gibt Sieben Jahre Unglück Wo Hängt Man Spiegel Auf Und So Weit All Das Ist Ja Schon Ein Teil Der Die Menschheit Schon Seit Äonen So Beschäftigt Ja Also Sagen wir mal so Oder war das Für dich Nüchtern Thema Wiederum Auch ein Mittelding Würde ich Sagen Also Einerseits War mir Natürlich Diese Kulturelle Bedeutung Die Der Spiegel Als Idee Hat Bewusst Ist ja Klar Aber Ich hatte Dazu Jetzt Keine Emotionale Reaktion In irgendeiner Weise Finde ich Interessant Sowas Und Wenn Da Was Emotionales Zugekommen Ist An Vorfärbung Dann Wahrscheinlich Tatsächlich Er Durch Den Kontakt Mit Der Besagten Person Der Mir Ja Von Seinen Erlebnissen Da Berichtet Und Wo Ich Davon Ausgehe Dass Er Die So Erlebt Hat Und Mir Die Wahrheit Erzählt Insofern War Eine Gewisse Aufladung Dann Natürlich Schon Da Aber Nicht Im Vorfeld Also Das Hat Fazit Also Wie Wie So Oft Dass Man Nicht Die 100 Prozent Nehmen Kann Sondern Sagt Zu 99 Prozent Kann Ich Hier Gewisse Dinge Ausschließen Für Mich Oder Es Müsste Halt Einen Ganz Starken Beweis Geben Im Vergleich Zu Anderen Themen Ist Das Jetzt Auch In Verbindung Mit Deinem Erfahrungsbericht Schon So Dass Ich Sagen Würde Klar Das Sind Keine Einbildung Sind Wahrnehmungen Aber In Der Tendenz Bin Ich Hier Eindeutige In Die Richtung Okay Das Sind Irgendwelche Optischen Täuschungen Anführungsstrichen Wahrnehmungen Also Da fehlt Mir Noch Ein Bisschen Also Da bin Ich Jetzt Nicht So Weiß Ich Nicht Es Gab Andere Themen Aus Unseren Folgen Wo Ich Auch Schon Deutlich In Dieser Mittelstellung War Und Hier Ist Es Für Mich Dann Weiß Ich Nicht In Verbindung Halt Mit Dem Was Man Was Man Weiß Über Und Was Ich Nicht Weiß Über Die Optik Als Fachgebiet Ist Es Für Mich Irgendwie Was Zu Erklären Über Ja Einfach Über Die Naturwissenschaft Wobei Ich Auch Ganz Interessant Fand Diesen Kleinen Noch Den Hinweis Dazu Als Ich Mir Das Genau Angeguckt Wie Ich Hab Es Versucht Ich Hab Es Versucht Meine Physik Traumata Aufzuarbeiten Licht wird Absorbiert Welle Wird Wieder Herausgegeben Und Dann War Dieser Kleine Hinweis Es Nicht 100% Also Du Kannst Quasi Dein 100% Authentisches Ich Kannst Du Nie Selbst Sehen Also Auf Film Und Bild Sowieso Nicht Spiegel Spiegel Leider Auch Nicht Das heißt Du Musst Damit Umgehen Können Dass Du Dich Nie So Sehen Kannst Wie Andere Dich Sehen Das Mal Als Kleiner Gag Am Ende Das Natürlich Auch Interessant Und Da Ausgeschlossen Werden Weil Da War Der Spiegel Noch Nicht Da Bei Der Zweiten Sache Mit diesen Schatten Klumpen In Anführungsstrichen War Der Spiegel Da Nur Um Das Nochmal Zu Klarifizieren Und Ja Also Ich Hab Das Glück Dass Ich Durch Meditationspraxis Durchaus Das Nicht Das Erste Mal War Dass Ich Mal 90 Minuten Oder Länger Konzentriert Einfach Nur Irgendwo Still Da Saß Und Meine Umgebung Wahrgenommen Hab Und Das Möchte Ich Vielleicht Hier Noch Betonen Weil Manche Sich Das Vielleicht Auch Denken Können Naja Er Hat Jetzt So Ambivalente Wahrnehmungen Gemacht Weil Er Da Einfach Darauf Gewartet Hat Dass Was passiert Und Dann Missinterpretiert Wird Und Das Wollte Ich Nur Noch Hinzufügen Das Glaube Ich Nicht Dass Das Ein Großer Faktor Hier Ist Weil Ich Diesen Zustand Und Situation Kenne Und Auch Weiß Dass Was Da Dann An Kleinigkeiten Auffallen Die einem Sonst Nicht Auffallen Aber Das ist Ein Raum Der Mir Vertraut Ist Klar Ich Weiß Nicht Was Dieses Bewegt sich In Diesen Bereich Der Dort Deutlich Liegen Kann Diese Zwei Wahrnehmungen Die Ich Jetzt Heraus Genommen Habe Um Sie zu Erzählen Die Sind Eben So Gestaltet Für mich Dass Sie Zumindest In meiner Subjektiven Einschätzung Nicht Nur Aus diesem Ich Achte Jetzt Auf Irgendwas Krieg Mehr Mit Als Sonst Und Deswegen Kriege Ich Auch Vermeintlich Seltsames Mit Was Nur Seltsam Weil Das Ja Schon Naheliegende Überlegung Jetzt Wäre Als Außenstehender Finde Ich Ja Dieser Bereich Mit dem Schemenhaft Mit dem Schatten Das Ist Ja Auch Dann Nicht So Einfach Zu Erklären Mit Den Beispielen Die Ich Jetzt Gebracht Also Reflexion Weil Das Ja Also Die Abwesenheit Von Licht Sollte Eigentlich Reflektiert Werden Genau Aber Wie gesagt Das War Nichts Physisches Also Da Glaube Ich Ja Ich Weiß Nicht Es Kann Kein Schatten Gewesen Sein In Normaler Weise Weil Der Braucht Ja Oberfläche Auf Der Er Stattfinden Kann Und Wenn Da Etwas War Dann War Das In der Luft Und Nicht auf Der Oberfläche Und Ja So Lande Ich In der Mitte Leider So gesehen Irgendwie Einerseits Nicht Vorangekommen Insgesamt Was Meine Einschätzung Dieser Dinge Angeht Aber Dann Irgendwo Doch Natürlich Weil Es Schon Zumindest Ein Eigenes Erlebnis War Und Irgendwo Ja Auch Handfest In Anführungsstrichen Ja Also Ihr Merkt Schon Meister Ist Weiter Weiter Im Erkundungsmodus Noch Nicht Abschließend Fertig Mit Der Welt In Erkundungsmodus Wir Wollten Ein Anderes Thema Ursprünglich Erkunden Heute Oder Beziehungsweise Gab Es Eine Ankündigung Ich Weiß Nicht Ob Du Das Am Anfang Da Sollte Ich Daran Erinnern Dass Dieses Thema Später Auf Ich Glaub Das Hatte Ich Erwähnt Weiß Ich Jetzt Aber Gar Nicht Mehr Zwei Leute Hatten Mich Darauf Hingewiesen Dass Sie Freuen Würden Mal Wieder Ein UFO Bezogenes Thema Zu Bekommen Und Das Kann Ich Natürlich Gut Nachvollziehen Und Ich hatte Denen Zugesagt Dass Wahrscheinlich Die Nächste Folge UFO thematisch Seien Wird Wenn Nichts Dazwischen Kommt Habe Ich Sogar Dazu Gesagt Nur Ist Was Dazwischen Gekommen Was Dazu Geführt Hat Dass Unsere Pläne sich Verändert Haben Also An Die Leute Tun Mir Leid Es So Schnell Es Geht Gibt Es Auch Wieder UFO Kram Wir Tun Unser Bestes An der Front Nicht nur Bigfoot Was Ich Gelesen Hatte So ist es halt Erster Erster Modus War Dann So Sagen Oh Schon Wieder Bigfoot Aber Einige Man Kann Nicht Alle Gleich Und Ich Bin Wirklich Auch Jetzt Inzwischen Davon Abgerückt So Sehr Das Klingt Irgendwie Fies Aber So Sehr Auf Die Wünsche Einzugehen Also Ich Will Sie Schon Haben Es Interessiert Mich Schon Und Ich Hab Sie Dann Im Pool So Zuse Und Im Hinterkopf Aber So Konkrete Wunsch Umsetzung So eine Folge Zu machen Muss Aus mir Heraus Kommen Sonst Ist Es Irgendwie Nichts Und Deswegen Ist es Gut Wenn ich Eure Wünsche Im Hinterkopf Hab Oder Wir Dann Kann Man Sich Daraus Bedienen Und Gucken Ist Das Vielleicht Jetzt Gerade Das Wo Irgendwie Was In Mir Darauf Anspringt Und Ich Bock Darauf Hab Und Dann Wird Das Auch Gerne Gemacht Aber Wenn Nicht Dann Nicht Und Dadurch Kann Sich Auch Mal Einfach Ergeben Dass Man Mal Durch Zufall Mal Zwei Aufnahmen Infolge Von Mir Aus Irgendwie Bigfoot Faszination In sich Hatte Und Das Dann Gemacht Hat Statt Was Anderem Also Bitte Nicht Übel Nehmen Das Irgendwie Geht Es Nicht Anders Sonst Sonst Würde Es sich Blöd Anfühlen Ja Sonst Würde Es Mechanisch Werden Ein Stück Weit Und Zumindest Mein Ansinn Ist Das Nicht Jung Ja Aber Das Merkt Man Bis Ein Bisschen Rein Lesen Und Dafür Braucht Man Die Wünsche Sachen Über Den Tellerrand Hinaus Die Man Noch Nicht Kannte Noch Nicht Gehört Hat Und Dann Merkt Man Aber Im Ansatz Vielleicht Schon Ob Das Ob Die Intrinsische Motivation Dazukommt Also Das ist Von der Zeit Sind Wir Jetzt Auch Schon Bei Eins Wir Müssen Im Kopf Noch Die Anderen Minuten Zurechnen Also Haben Wir Auch Schon Wieder Eine lange Folge Du Wolltest verabschieden glaube ich Also Vielen Dank fürs Zuhören Fürs Interesse Wenn Ihr Selber Euch Mit solchen Dingen beschäftigt Und Dann auch Interessanten Input Habt Natürlich Immer gerne Her Damit Wenn Ihr mich Natürlich zu sowas Einladen Wollt Wisst Ihr Jetzt Wie Ich Da Als Beobachter So Drauf Bin Auch Damit Dann Gerne Her Damit Gott Die Sprachfähigkeit Setzt Schon Wieder Nach Lässt Schon Wieder Nach Hier Also Leute Vielen Dank fürs Zuhören Und Reingehauen Adios Zuhören 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 Zuhören